Hallo Christian! Was macht Jenny? Sie kommt gerade von der Schule und... ...hatte heute ihre neue Klasse zum ersten Mal. Diese Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat ihn zweifelsfrei erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du so Witze? Wer hängt denn freiwillig um 9 Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Auch einen Freitagabend Untertitelung des ZDF, 2020